Hier sind wir wieder bei Let's Race Dedicom Racing zum Tag 2 Und wir machen hier weiter Mit den Silber Coins Ja, weil ich noch vergessen habe, ja, das Let's... Wir müssen nicht alle Charaktere freischalten und Das Let's Race geht bis dahin, bis man den in einem Space da den Fispick oder so heißt der, glaub ich, besiegt hat Und ja, ich glaub, das war alles Und warum drückst du mich da weg? Es fehlt noch eine Monster Mal gucken Ach ja, sag mal, eine gute Uhrzeit, wann ich das vielleicht immer hochlagen soll Ich kann ja geplant hochlagen an Go Forest, das verstehe ich da immer Ähm, ja, wie viel Uhr eine gute Uhrzeit wäre Also vielleicht so, entweder elf Uhr, ein Uhr oder fünf Uhr oder neunzehn Uhr Das wäre mir eigentlich egal Und so, finish! Dann, das wäre jetzt nicht so schwer Wir dürfen noch keine Zeit verlieren Außer klang, nehmt keinen Dann gibt mir die einfache, ja Aha, warum kann der nicht die Münze für mich einsam? Weiß gar nicht, war hier eine? Ja Ja Da müssen wir mal gucken Nicht schon etwas komplizierter die Münze Da war einer Die hab ich bekommen, okay Bitte Bitte, hier gut durchkommen, gut Warum hab ich jetzt? Egal Immer schön viel Bananen Das hatte ich ja auch schon vergessen Bananen sind wichtig Nein Das hat mir jetzt Zeit gekostet Sind zwar noch Erste, aber So ein Fail kann ja nur mir passieren Mit meinem Pro-Skills Naja, wenigstens haben wir es geschafft Oder Oh ja, das ist Final Lab Oh, ich bin so schlau Hab schon vom Gas losgelassen Nein So, jetzt kann ich alle verschießen Ich glaub, die Jahrzehnte ist die maximale Zahl An Dingsbums Nö Nö Jetzt fahr rein Hier Jungle weil Die ist scheiße Täse platziert Aber die krieg ich für sie jetzt alle Au, das ist doch so schlecht Ich hab aber nie rot die deswegen wir haben schon alle das ist gut jetzt versuchen wir alle Types zu kriegen beim letzten Race ist natürlich noch Druck was höher alle ab ganz ruhig bleiben ganz ruhig nein alter das kostet derzeit sollte man jetzt mal wirklich was anschauen die ja letzte Sekunde erster hoch 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 4 her ist das ist abgestürzt. Auf jeden Fall hatte ich vergessen, was wir machen müssten. Der ist abgestürzt oder? Das ist natürlich scheiße und wusste ich doch. Weil wahrscheinlich, wir hatten ja, wir brauchten ja eins, deswegen war das ja klar, dass wir sowas an Rennen machen mussten. Es ist dann gleich entschieden, das zu machen. Ich denke, was soll ich denn sagen? Das ist scheiße. Jetzt muss ich doch gucken, man. Das ist die Strecke, sehr kreativ. Also das Rennen, was wir gerade gemacht haben, das mache ich dann irgendwann später, weil... Auf jeden Fall haben wir den Ballon. Diese Battlestate ist scheiße. Zum Glück ist... Oh, ne, da gibt's ja gar kein Glück. Oh, was ist das? Auf jeden Fall kann man das jetzt noch machen. Dahinter war soweit, ich weiß nicht, aber Münze, die ich gerne jetzt haben müsste. Jetzt wissen wir nicht. Ich dachte schon. So, oben. Okay, das ging ja gerade noch gut. Die Lava sieht doch unfähig aus. Ja, da links dürfte noch eine drinnen. Da, gut. Da haben wir schon mal. Da geht's ja gar nicht. Oh, ja, wir haben gar keine Bananen. Das ist wichtig, weil das werden wir schneller und... Alter, legt das auf. Na gut. Ich werde einfach mal Didi nehmen, weil der schon halt okay, weil bei Ben schon zum Beispiel ist die Störung ziemlich kompliziert und bei manchen ist die ein bisschen zu leicht und bei Didi habe ich das schon immer gespielt, deswegen bin ich daran schon gewöhnt, also ist auch schon länger her, aber... Und tut wieder keine Barrow. Dann probieren wir nochmal die Battles... Oh nein, wir müssen ja jetzt den machen, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaub, die Trophäen, das sollten wir schon machen. Ähm, da, werde ich jetzt aber probieren und hoffen, dass der Emulator nicht abstürzt. Oh god, diesmal sieht das so gut aus. Dann müssen wir mal die Reier, ne? Müssen wir immer drei Stück. Warum zählt das noch nicht? Sah schlecht. Naja, das erste Ei lassen die, glaub ich, schon ruhig, beim zweiten auch noch, aber beim dritten da muss man schon ein paar Items auf Lager haben. Ben schon gebadet, ja. Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt ganz weggenommen kommen. Weggenommen, dass wir mal wegschauen können. Wähen wir mal, dass wir jetzt noch gut innen. Leckmisch. Das nehme ich da mal wieder. Und der Tintimi hat da mal wieder Lack. Und der Tintimi hat da mal wieder Lack. Und der Tintimi hat da mal wieder Lack. Ich denke das reicht für den Part. Nächsten Part machen wir dann hier weiter. Ciao!